Vom Shop falle ich dich. Ich habe ihn aber auch nicht mehr rausgebracht. Ich habe die Gabel zurückgesetzt und es hat funktioniert. Er war wieder frei. Hast du den Link gesehen, wo er ihn gesetzt hat? Extra für dich. Ne, der dürfte nicht mehr da sein. Ja, ist länger her. Aber ich setze ihn nochmal für dich. Ja, haha, pass auf. Nein, das ist der Vote. Das ist Voten bei Topps. Was man aber da gesetzt hat. Ja. Nein, jetzt muss ich nochmal einen Moment. Chemische Lieferung ist gut. Warte einmal. Ein bisschen umbauen schiege ich gerade. Der wird so nicht gezeigt. Ich habe den da nicht drin. Ne, da habe ich ihn doch. Auch. Mal sie umbauen. gut. So, jetzt müsste er gehen. Jetzt ist er da. Ja. Ja. Ne, du musst nur über den Link gehen. Über den Link. Ja. 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 Genau. Jetzt werden wir sehen, dass wir uns wiederholen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist auf Bärenholm der Stoffverkauf, bitte. Ach, war denn nochmal da? Das ist auf Bärenholm der Stoffverkauf, bitte. Das ist auf Bärenholm der Stoffverkauf. Also, sind wir durch mit 200 und 76 haben wir gerade. Da sind wir bei 500, 526. So langsam wird es dumm. Das ist auf Bärenholm der Stoffverkauf. Das ist auf Bärenholm der Stoffverkauf. Das ist auf Bärenholm. Das ist auf Bärenholm der Stoffverkauf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2019 ZDF, 2020 ZDF, 2020 möglichst schnell hätte ich wieder gekickt wollte ja nicht, dass du durchkommst das ist die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020